So, der nächste Kampf steht bevor und der Gegner kommt aus Frankreich mit einem selbst erstellten Charakter und hat auch Null RP. Mal schauen, ob ich jetzt ein wenig Chance hab. Er ist auf jeden Fall eilig. Sein Charakter ist anscheinend schon mal schneller als meiner. Er ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall, dass ich gerade sehr legge. Er ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall. Was ist das? Das ist immer die Deckung zu viel K.O. Ich finde es ein bisschen nervig, dass es wenig lagge ist, das kann gerade an mir liegen. Ok, da hat es auch abgehört. Ok, und runterschmeißen, tut er mich auch noch. Machen wir noch eine Rückwunde, wenn er möchte. Ok. Ok, das Licht ist noch nicht mehr Schirmkart. Ok, das ist noch nicht mehr Schirmkart. Ok, das ist noch nicht mehr Schirmkart. Ok. 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 Ok, das ist noch nicht mehr Schirmkart. Ok, jetzt hat er noch einen Angriff, gar nicht das geht. Moment. Hätte er getroffen, wäre das mal ein Sieg gewesen. Ok. 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 Okay. Ok. Gut. Aaaaand my left. And seek from one. Okay. 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 Noch einmal gegeneinander campen. Auch wenn das Gelege mich schon sehr stört. Ich denke es liegt gerade an mir. Okay. Okay. Oh sorry, hat den zu. Hi! Hops. Ah. Oh boy. Oh. Oh son, ich mache ja oben! Oh, come on. da ich einfach so lange jetzt drauf hab, bis er mit der Kran weg war so schön 4 Prozess ja ich muss üben auf jeden Fall aber es macht Spaß ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal